Fressen und gefressen werden Fressenbrocken. Trilliarden von Mikroben, die auf deinem Körper hocken oder drin, ganz nach Belieben, finden dich als Atzung geil und spontan oder in Schüben gönnen sie sich ihren Teil von vermenschter Biomasse. Immer nach Bedarf und Lage. Und sie finden's große Klasse bis ans Ende aller Tage. Aufgebaut, gesprengt, gehäckselt, aufgestaut, verdampft, vergossen, so wird stetig Stoff gewechselt, dünkelfrei und unverdrossen. Ökologisch nachhaltig, nur mit Expertise. Ethisch sorgsam aufgestallt lautet die Devise derer, die auf Fleischgenuss nicht verzichten mögen, aber Wert auf Qualität und Beachtung legen. Freilauf, kein Chemiecocktail, nur mit Bio-Füttern, nix Antibiotika, Kinder zu den Müttern. Turbo-Zucht wär zum Tabu. Echtet die Konzerne. Um des Nutztiers Wohlergehen kümmert man sich gerne. Gutfleisch auf dem Etikett sorgt für volle Kassen. Gutverbraucher wollen sich tüchtig feiern lassen. Angesichts des Mitgefühls mit Hühnern, Schweinen, Rindern, frage ich mich, warum denn nicht auch so mit euren Kindern? Du machst auf mich Eindruck und wächst die Fantasie. Erspähst du ein Fleckchen, dann rast dir deine Düse. Du sorgst dich akribisch um prompte Biopsie und flirtest mit jedweder neuen Analyse. Du opferst dein Wut dafür ohne viel Tamtam. Du zwängst dich in Schienen, die gerade richten sollen. Als fallender Apfel ergründest du den Stamm nach fauligen Stellen, die übel dir nur wollen. Man spiegelt dir just wegen jedem Scheiß den Darm, durchleuchtet dich mit einem Abo in der Röhre. Dein Leben besteht nur aus Warten auf Alarm. Entspannung kommt kaum nur bis selten in die Quere. Rundumprophylaxe gibt deinem Dasein Sinn. Für wenns oder abers verschließen sich die Ohren. Du gibst dich dem Urteil von Besserwissern hin und hast das Vertrauen in dich total verloren. Da fällt dir urplötzlich der Himmel auf den Kopf und Scheckheft gepflegt bist ins Gras du fixst am Beißen. Du landest als Klops im Mikrobensuppentopf. Ein Premium-Produkt. Und das will eine Menge heißen. Und das ist die Ohren. Du geckst dich dem Urteil von Besserwissern hin und hast das Vertrauen in dich total verloren. Vielen Dank.